Hallo, was müsste passieren, damit du dich für eine neue gastronomische Softwarelösung entscheidest? Wie wäre es, wenn du mit nur einem System alle deine Arbeitsprozesse revolutionieren könntest? Und was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es so ein System bereits gibt? Mein Name ist Pascal Jaentan. Mein Name ist Michael Engelbrecht und wir stellen dir in nur drei Minuten Gastronomi vor. Gastronomi ist die innovative 360-Grad-Softwarelösung speziell für die Gastronomie. Von Gastronomen für Gastronomen entwickelt, die dir perfekt dabei hilft, deine Prozesse effektiv aufzubauen und zu vereinfachen. Gastronomi gibt dir dabei die Sicherheit, die du für den Erfolg deines Unternehmens benötigst. Solltest du bereits jetzt Lust auf einen Termin haben, schreib uns hier eine Nachricht. Unsere Kollegen freuen sich auf Terminvorschläge oder klicke hier für einen kostenfreien Testzugang. Gastronomi verfügt derzeit über zehn Module und fünf Erweiterungen, die du dir für deine Zwecke und ganz nach Bedarf zusammenstellen kannst. Stell dir vor, ich bin dein Gast und möchte einen Tisch bei dir reservieren. Dazu gehe ich zunächst auf deine Homepage, reserviere einen Tisch, kann die Speisekarte ansehen und wenn ich möchte auch schon Speise und Getränke vorbestellen. Klasse, heißt für mich, ich schaffe es endlich mal in meiner Mittagspause ohne Stress essen zu gehen. Sollte das nicht klappen, kannst du auch zur Abholung oder Lieferung bestellen und wenn du möchtest, deinen Kollegen direkt einen Gutschein kaufen. Und das Beste daran, die Küche und der Service sehen deine Reservierungen sofort in der Kasse, auf dem Küchenmonitor oder im Reservierungsplan. Das System speichert dabei alle Daten sofort in der zentralisierten Kundendatei ab, damit du sehen kannst, wie oft ich bei dir reserviert habe, was ich gerne esse und trinke. Sobald ich dann bei dir im Restaurant ankomme, checkt mich der Service mit seiner mobilen Kasse ein, ohne dabei ins Reservierungsbuch zu schauen. Sieht sofort meine Vorlieben und nimmt die erste Bestellung auf. Im Übrigen zeigt die Kasse dir Restbestände, Allergene und Zusatzstoffe bei Speisen und Getränken an. Auch landen alle Barumsätze, die in der Kasse generiert werden, automatisch im Kassenbuch und werden durch eine Dativ-Schnittstelle übermittelt. Das macht auch dein Steuerberater wirklich. Und für dich als Unternehmer bilden wir zudem spielend einfach deinen gesamten Warenfluss über unsere Module Einkaufssystem, Kalkulation oder die Warenwirtschaft ab. Inventurdaten sowie Einkaufspreise sind somit immer live und tagesaktuell. Durch unseren Single-Source-Ansatz bist du mit Gastronomi in der Lage, mit nur einer Datenbank eine Speisekarte in drei Minuten zu schreiben, zu drucken, Homepage und soziale Medien zu aktualisieren, sie als Newsletter zu versenden und gleichzeitig ist deine Kasse umprogrammiert. Wenn dich noch interessiert, wie man als Gast selbst am Tisch bestellen kann, ein Kochbuch erstellt wird und was es mit dem Allergenfilter auf sich hat, dann klicke hier oben für eine Terminvereinbarung oder hier für weitere Informationen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf eure Terminvorschläge und natürlich auch auf euch. Bis bald und tschüss!